So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke, eine neue Folge. Pokémon Go, eine Infofolge. Ich habe schon wieder die ganze Woche verplant, Folge geplant hier, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, alles hin und her. Das heißt, eigentlich wäre erst Platz am Montag wieder für dieses Infovideo, aber es ist jetzt Donnerstagabend. Ich möchte die Premiere von 20 Uhr wirken lassen. Ich nehme das trotzdem jetzt auch für Freitagfrüh. Hauen wir es halt um 10 Uhr wieder raus. Dann sind wir nicht der Erste. Dann ist das trotzdem, da irgendwo bis 15 Uhr dann das andere Video kommt. Und es ist immer, es ist so vollgestopft. Das Ding ist noch fast zwei Wochen hin. Das Karnevals-Event in fast zwei Wochen. Jetzt müssen die natürlich die Infos raushauen. In der Woche hast du doch eh schon wieder alles vergessen, was dann in zwei Wochen auf dich zukommt. Aber das ist naientig, weil dann ist ja schon wieder das und das und das. Und das müssen sie auch irgendwann ankündigen. Und dann blickst du gar nicht mehr durch. Karneval der Liebe 2024 in Pokémon Go. Ich werde euch jetzt wieder vorlesen, zeigen, was kommt da auf euch zu. Was gibt es, was für Tickets. Was ist wichtig vielleicht für euch. Und was sind meine Ziele, die halt extrem reduziert sind und abweichen, seitdem ich den Habanero-Account jetzt spiele. Im Krypto-Event muss ich sagen. Das war richtig cool. Da hatte ich ein paar Ziele. Da wollte ich ein paar Pokémon, immer so ein Sechser-Team haben. Egal wie die IVs sind, weil die ja sowieso besser sind als alles andere. Und da gab es coole Dinge. Da weiß ich jetzt schon, beim Karneval der Liebe wird für mich jetzt nicht unbedingt was dabei sein, was ich brauche, was ich möchte, was ich tue. Wir sehen hier auf jeden Fall alle vier Choreogel-Formen. Karneval der Liebe. Das ist ein schönes Bild mit einer Blumenwiese, mit leichten Wolken, mit einem Sonnenuntergang. Alle vier Vögel sind schon da. Das sieht doch toll aus. Das Event Karneval der Liebe findet in Pokémon Go statt und gibt Anlass zum Feiern. Mit etwas Glück begegnet ihr zum ersten Mal schillernden Choreogel in Pokémon Go. Normal hätte man sich jetzt also alle vier Formen in Shiny gegönnt. Richtig brutal. So interessiert mich das eigentlich nicht. Ich sammle auch nicht mehr großartig Shinies mittlerweile. Keine Hunder da mittlerweile. Ich will einfach nur so wenig Pokémon wie möglich haben. Bisschen Raiden, bisschen Forschungen machen, das verfilmen. Meine Eindrücke geben. Also Choreogel weiß ich nicht. Ist ja eigentlich cool, diese verschiedenen Formen. Mein Liebling war, glaube ich, immer der, der Gelbe. Ich fand den Gelben cool, diese Cheerleader. Der Blaue ist auch cool, also der Lilane. Und der Rosane. Der Rote ist hässlich. Der kann auch nichts. Das ist unserer, oder? Wir kriegen immer das Hässliche. Karneval der Liebe. Dienstag, 13. Februar, 10 Uhr. Bis Donnerstag, den 15. Februar. Das heißt, es läuft gerade mal zwei Tage. Na gut, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also drei Tage. Erhöhte Chance auf XL Bonbons, wenn ihr mit dem Kumpel unterwegs seid. Zwei garantierte XL Bonbons für das Entwickeln von Pokémon. Das ist ein besonderer Bonus. Ihr entwickelt und kriegt dafür XL Bonbons. Das kann man mit den Legendären jetzt nicht machen, aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt. Verpasst eurem Quaff Waff einen neuen Schnitt. Den Herzchenschnitt, den gab es ja auch schon. Das Shiny gab es ja auch schon. Jetzt könnt ihr wieder die Zottelform in den Herzchenschnitt umwandeln. Wenn ihr ein Quaff Waff habt, ihr wisst ja wie das geht, geht ihr dann unten drauf, tippt das an, könnt einen Schnitt wählen und gebt dann 10.000 Staub und 25 Quaff Waff Bonbons aus, wenn ihr die Form noch nicht habt. Wilde Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Außerdem mit etwas Glück schillernden Choreoge. Flamengo-Stil, das rote in Europa, nahe Osten und Afrika. Der Schierleading-Stil, also das gelbe im amerikanischen Kontinent. Der Hula-Stil in Afrika, Asien, Pazifik, karibische Inseln und der Wujo-Stil in Region Asien-Pazifik. Je nachdem, wo auf der Welt ihr euch befindet, trifft ihr Flabebe mit unterschiedlich gefärbten Blüten. Rotblüder in Europa, nahe Osten, Afrika. Blaublüder in Asien-Pazifik und Gelbblüder in amerikanischer Kontinent. Mit etwas Glück könnt ihr sogar einem Flabebe mit weißer und orangenfarbener Blüte begegnen. Ganz unabhängig vom Ort. Also weiß und orange gibt es überall. Das sind dann hier auch schon die wilden Pokémon. Wir haben noch Snubbull, Eneko, Libiskus, die Flabebe eben. Quaff Waff, Choreoge, Zwillursi, Quax. Snubbull als Fee, Granbull. Ja, Libiskus ist immer sehr selten, gibt es eigentlich immer nur so zur Valentinszeit. Da sieht das Schein hier richtig cool aus. Äh, Flabebe ist auch als Feeangreifer vielleicht nützlich. Der reicht auf jeden Fall ein paar WP. Lursi für die Go-Kampf-Liga vielleicht Quax. Wer den Starter noch sucht oder braucht oder Bonbon sammeln will oder ein Hunderter Exemplar. Das kriegt ja auch irgendwann mal ein Seeday. Aber für mich ist hier absolut nichts dabei. Was ich für mich interessant finde oder was ich sammeln würde. Wir haben aber hier unten noch mit etwas Glück. Begegnet ihr auch den folgenden Pokémon. Eben den anderen zwei Flabebe und Roselia. Und ich brauche für meinen Account irgendwie eine Pflanzenarmee. Ich hatte es mit Thomas letztens im Stream auch. Welches Pflanzen-Pokémon eignet sich, um sechs Stück zu nehmen und dann vielleicht als Pflanzenangreifer zu nutzen. Du nimmst nicht sechsmal Visa-Flor. Da reicht eins wegen Mega-Entwicklung. Auch bei Gewaldo eins. Mega-Entwicklung. Aber was ist denn cool, wo du vielleicht sechs Stück mal so ranzüchten wollen würdest. Und da ist mir Roselia eingefallen. Da habe ich gesagt, Roselia finde ich irgendwie cool als Pokémon. Pokémon, Rosarade, das als Pflanzenangreifer. Sechs Stück, das ist doch bestimmt nice. Kann natürlich auch als Giftangreifer genutzt werden. Das heißt, für mich würde der Hauptaugenmerk in dem Moment auf Roselia und Roselia-Bonbons liegen. Pokémon bei Feldforschungen. Snubbull, Roselia, Pandir mit Herzmuster. Gibt es natürlich dann auch wieder hier nur da. Für die ganzen Pandirjäger. Perlu, Libiskus, Quaffwaff, Velursi. Perlu kann ich nicht mehr sehen. Geht er weg. Pandir damals zu jagen war richtig cool. Shiny zu gönnen. Sammlung komplett gewesen. Jetzt, ja, trotzdem für mich nur Roselia interessant. Sammlerherausforderung. Hier am Ende, es gibt also wieder eine Sammlerherausforderung. Die kann jeder machen. Die ist kostenlos. Gibt es am Ende wieder EP, Staub und ein Rosarade. Ihr kriegt sogar ein fertig entwickeltes, ausgewachsenes Rosarade mit dieser feschen, weißen Frisur. Sieht aus wie Grandpa. Das ist mein Ziel. Sechs Stück davon. Auf Level 40. Dann irgendwann auf Level 50. Dann irgendwann auf Krypto Level 40. Und so. Brauchst einen Krypto-Stein, um die von normalen Krypto zu entwickeln. Also das gibt es gar nicht. Neue Avatar-Artikel. Es gibt eine Pose, die ihr in Game Shop kaufen könnt. Die aber nicht nur während des Events da ist. Auch danach könnt ihr die jederzeit erwerben. Finde ich nicht so schön. Brauche ich nicht. Möchte ich nicht. Ne. Also was hier so. Sollen sie machen. Ich habe jetzt hier diese Kaffeetrinker-Pose. Die war cool. Und jetzt habe ich irgendeine andere Pose. Die Pokeball hochwerfen. An die Tickets geheftet. Das reicht. So. Selber kaufen. Sowieso nicht. Pokestop-Showcases. Das ist interessant. Denn natürlich wird es Showcases fürs Event geben. Wo bestimmte Pokémon vom Event dann dabei sind. Und ihr die reinsetzen könnt. Hier ist aber ein kleiner Haken dabei. Das Kumpel-Pokémon muss ein Superkumpel oder höher sein. Und am Showcase teilzunehmen. Also ihr könnt mit eurem größten Kumpel-Pokémon antreten. Und das war bisher glaube ich noch nie der Fall. Bisher hat man einfach wilde Pokémon gefangen. Wenn man ein XL oder XXL hatte, hat man das in Showcase gesetzt. Hat sich da eine gute Platzierung abgeholt. Und jetzt müsst ihr Kumpel-Pokémon, mit denen ihr als Buddy schon mal unterwegs wart. Und die mindestens die erste Stufe Superkumpel erreicht haben. Die könnt ihr nur reinsetzen. Also hier geht es wirklich um Verbundenheit. Und um Zusammengehörigkeit. Ich denke mal, da werden einige wieder sagen, wieso kann ich das nicht setzen? Wieso geht das nicht? Ramses Video habe ich eh nicht geguckt. Also da hat er es bestimmt erklärt. Aber ja, das wird wahrscheinlich was sein, was ich aussetze. Weil, ja, eigentlich brauche ich auch gar keine Kumpels. Ich habe eh immer ein Pokémon drin, was dann halt den Namen trägt von dem Ticketgeber. Aber sobald die 100 voll sind, Platin-Medaille da. Interessiert mich die Showcase jetzt auch nicht mehr so extrem. Oder ich bin dann da nicht mehr so sehr hinterher. Exklusive Boni für Teilnehmer in Brasilien. In Brasilien gibt es doppelt so viele EP für das Fangen von Pokémon während des Events. Also macht euch einen Urlaub in Brasilien demnächst. Dann könnt ihr da doch hier ein paar EP mitnehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Kostenpflichtige, befristete Forschung. Für 1 US-Dollar gibt es wieder eine befristete Forschung. in der man Staub, EP, 2 Rauchs bekommt und 5 Begegnungen mit Pandir im Herzmuster. Also man kann sich für 1 US-Dollar einfach 5 Pandir kaufen. Wenn man Glück hat, ist da ein Shiny dabei. Kann man da auch wieder verschenken, alles hin und her. Also tut euch keinen Zwang an. Wenn ihr das verschenken möchtet, dann kann ich ja gucken, ob ich wieder ein Video drüber machen kann. Ansonsten brauchst du das jetzt nicht unbedingt. Schreibt mal rein, werdet ihr euch die Pose kaufen? Ja, nein, vielleicht. Schreibt es rein, ich nicht. Mein Augenmerk liegt auf Roselia Rosarade. Was sind eure Ziele? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und habt ihr das schon gesehen hier, das war so blinkt am Rand gerade? Das ist unser Kanalmaskottchen jetzt für den Februar. Ich habe euch 4 Stück zur Auswahl gestellt. Die Jalga hat gewonnen. Bei über 500 Stimmen war die Jalga der mit den meisten Stimmen. Stimmen ist jetzt das Kanalmaskottchen für den Februar. Passt auch zur Sinotour dann. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.